Gerrit Jan van Heuven-Güthardt war ein niederländischer Journalist, Politiker und Diplomat, der am 1. Januar 1951 erster hoher Flüchtlingskommissar in der Geschichte der Vereinten Nationen wurde Leben. Der Sohn eines Buchhändlers studierte nach dem Schulbesuch Rechtswissenschaft an der Universität Leiden und schloss dieses Studium am 9. Juli 1926 mit der Promotion mit einer Dissertation zum Thema die Entwicklung der Arbeitslosenversicherung in den Niederlanden ab. Zwischenzeitlich war er bereits 1925 Journalist bei Die Telegraph geworden und wurde nach Abschluss seines Studiums Mitglied der Chefredaktion dieser Tageszeitung. Zuletzt war er vom 1. Januar 1930 bis zum 1. Juni 1933 Chefredakteur von Die Telegraph und trug damit trotz seiner Jugend die redaktionelle Verantwortung für eine Tageszeitung. Die stark durch den kommerziell verantwortlichen Herausgeber H.A.K. Holdert dominiert wurde. Zudem fehlten ihm die journalistische Erfahrungen gegenüber älteren Redaktionsmitgliedern, so dass van Heuven-Güthardt einen schwierigen Stand innerhalb der Zeitung hatte. Die daraus resultierenden Spannungen zwischen ihm und dem Herausgeber führten schließlich zu seiner Entlassung als Chefredakteur. Wobei der unmittelbare Anlass dazu ein Bericht des Korrespondenten der Zeitung in Berlin, M.Güthemens, war, indem es zu von ihm damals mitgetragenen sympathisierenden Aussagen über die beginnende Zeit des Nationalsozialismus kam. Nachdem sich van Heuven-Güthardt als Chefredakteur weigerte, dafür die Verantwortung zu übernehmen, entbanden die Herausgeber H.M.C. Holdert und F.H.J. Holdert den Korrespondenten von seinen Pflichten. Unmittelbar darauf wurde van Heuven-Güthardt am 1. Juli 1933 Chefredakteur der in Utrecht erscheinenden Tageszeitung Het Utrecht Schneeusblatt und entwickelte diese Regionalzeitung in den nächsten Jahren mit beachtlichem kommerziellen und journalistischen Erfolg. Darüber hinaus engagierte er sich im niederländischen Journalistenverband De Journalist für die Interessen von Journalisten und die Pressefreiheit. Dabei führte er zur Rolle von Journalisten folgendes aus. Mit seinem scharfen Schreibstil kam es in dieser Zeit zur Polemik besonders gegenüber der nationalsozialistische Beweging, die ihre Partei Hochburg in Utrecht hatte. Van Heuven-Güthards Abkehr vom Faschismus machte ihn daher zu einem prominenten Mitglied im Komitee für die Wachsamkeit, einem Zusammenschluss der niederländischen Intellektuellen gegen den Nationalsozialismus und dessen Vize-Vorsitzender er später wurde. Weniger bekannt wurde allerdings seine antikommunistische Einstellung und seine Rolle in Ähnheit vor der Merkelsche, der Vereinigung der demokratischen Parteien, die 1937 mit Erfolg Massenveranstaltungen organisierte und auf diesen vor den Gefahren für die Demokratie durch NSB und die kommunistische Partie von Niederland wandte. Am 17. Mai 1940 wurde Van Heuven-Güthardt jedoch wegen der veränderten politischen Umstände als Chefredakteur von Hetutrecht-Schniehuisblatt entlassen. Die Herausgeber der Zeitung hatten Sorge, dass die von ihm verfassten Leitartikel gegen die NSB und das Regime der NSDAP in Deutschland zu Racheakten gegen die Zeitung führen würden. Widerstand im Zweiten Weltkrieg und Justizminister der Exilregierung beim Einmarsch der deutschen Wehrmacht während des Westfeldzugs im Mai 1940. Er warb sich von Heuven-Güthardt Verdienste als Mitarbeiter von der Grebe-Kommissie, eine Organisation zur Hilfe von Kriegsopfern in der besonders umkämpften Grebelinie, sowie als Berater von J. A. Ringers, der als General bevollmächtigte den Wiederaufbau in der Greberegion um die Städte Leiden, den H. Rotterdam, Dordrecht und Utrecht organisierte. 1941 nahm er Kontakt zu der Gruppe rund um die illegale Tageszeitung Hed Parul auf deren Leitung ihm zusammen mit C. H. D. Gruth von Herbst 1942 bis Mitte 1943 oblag. In dieser Funktion schrieb er nicht nur Artikel, sondern organisierte auch die Suche nach Schriftsetzern, Druckern und Papier sowie die Verbreitung der gedruckten Zeitung und das Sammeln von Spenden. Am 24. April 1944 begab sich von Heuven-Güthardt nach England. Die Gruppe der illegalen Zeitung Hed Parul und Vrainederland sowie der Widerstandsbewegung um Jonker Lodewig Hendrik Nikolaas Bosch van Rosenthal erhofften sich durch die Reise, dass sich die Regierung des Vereinigten Königreichs eine bessere Einsicht in die Arbeit der niederländischen Untergrundbewegung verschaffen konnte. Und um ein Mandat für Jonker Bosch van Rosenthal als Volksvertreter für die erwartete Interimszeit nach der Befreiung von der deutschen Wehrmacht auszuhandeln. Dank seines großen Mutes und seiner Intelligenz kam er unter dem Alias-Namen Colonel Black am 17. Juni 1944 über Frankreich und Spanien in London an. Einen Monat später wurde er am 12. Juli 1944 als Justizminister in das vom 27. Juli 1941 bis zum 23. Februar 1945 amtierende zweite Kabinett von Premierminister Peter Schürz-Gerbren die berufen. In dieser Funktion gab er die Initiative zur Gründung eines Kollegiums von Vertrauensleuten, die am 2. August 1944 benannt wurden und die Verbindung zwischen London und der besetzten Niederlande halten sollten. Um das Funktionieren dieses Kollegiums kümmerte er sich jedoch zu wenig. Allerdings brachte er den Sonderpolitikbeschluss zustande und förderte die gute Zusammenarbeit zwischen dem Militär und seinem Zuständigkeitsbereich. Innerhalb der Regierung und gehörte auch zu den drei Ministern, die für Anschläge auf das von der deutschen Wehrmacht genutzte Eisenbahnunternehmen Niederländses Burwegen zuständig waren. Als Gerbren die am 23. Februar 1945 sein drittes Kabinett bildete, war von Heuven-Güthard vor allem für die neu ernannten Minister der Katholike Volkspartie aus dem befreiten Süden der Niederlande nicht länger als Justizminister annehmbar und er verlor damit rasch an Bedeutung innerhalb der Exilregierung. Die genauen Umstände für seine Nichtberufung zum Justizminister sind jedoch bis heute nicht bekannt. Zum einen können Intrigen des Nachrichtendienstes Büro in Lichtingen eine Rolle gespielt haben. Zum anderen aber auch das Verlangen Gerbren dies den Zweiten Weltkrieg mit einem homogenen Kabinett zu beenden. Nach der Befreiung der Niederlande von der deutschen Besatzung und seiner Rückkehr in die Niederlande war von Heuven-Güthard anfangs freiwilliger Mitarbeiter der Stiftung für die Volkserholung in Rhenen, ehe er am 27. August 1945 zum Chefredakteur von Heuven-Güthard ernannt wurde. In dieser Funktion widmete er sich jedoch mehr der Verwaltungsarbeit, wobei hinzu kam, dass er bei den dort bereits vor dem Zweiten Weltkrieg tätigen Journalisten nicht sonderlich beliebt war. Ferner kam es zu einer Massenkündigung von Abonnements, nachdem er sich gegen die Politik der Regierung in Niederländisch-Indien wandte. Trotz eines gewissen autoritären Führungsstils und der Volatilität bei Entscheidungen inspirierte er jedoch den Herausgeber von Heert-Parool dazu, eine Zeitung mit einem eigenen Gesicht und Ton zu kreieren, wie er es zuvor bereits den D. Telegraph und Het-Hutrecht-Geneues-Blatt getan hatte. Während seiner Zeit als Chefredakteur widmete er sich auch wieder der Politik und wurde bereits am 6. März 1946 zum Vorsitzenden einer Kommission zur Beratung der Regierung bei staatlichen Informationen ernannt. Der Abschlussbericht erführte dazu, dass die Grundlage für eine aufdeckende, aufklärende und investigative Presse- und Informationsarbeit ohne Propaganda geschaffen wurde. Neben der nationalen Politik befasste er sich zunehmend auch mit Fragen der internationalen Politik. Bereits 1947 war er Mitglied einer Unterkommission der Vereinten Nationen, die sich mit dem Thema Informationsfreiheit befasste. 1948 wurde er als Kandidat der Partie van der Erbeid zum Mitglied in die Erste Kammer der Generalstaaten gewählt und gehörte dieser bis 1950 an. Zugleich war er 1948 Leiter der niederländischen Delegation bei einer UN-Konferenz über Informationsfreiheit sowie während der siebten Sitzung des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen. Darüber hinaus war er zwischen der dritten und fünften Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen Mitglied und zuletzt Vize-Vorsitzender der niederländischen Delegation. Am 14. Dezember 1950 benannte die UN-Generalversammlung Gerrit-Jan van Heuven Goethe zum ersten hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen mit Sitz in Genf. Diese Funktion bekleidete er offiziell vom 1. Januar 1951 bis zu seinem plötzlichen Tod am 8. Juli 1956. Dabei wurde er gegen den Widerstand der Sowjetunion 1953 in seinem Amt bestätigt. In seiner Amtszeit erwarb er sich großes Ansehen für seine Arbeit und sein Organisationstalent. In seiner Amtszeit fiel am 28. Juli 1951 die Unterzeichnung des Abkommens über die Rechtstellung der Flüchtlinge, das als sogenannte Genfer Flüchtlingskonvention am 22. April 1954. in Kraft trat. Zur Lösung der Flüchtlingsproblematik nach dem Zweiten Weltkrieg forderte er 1952 vehement mehr internationale Hilfe. Für seine Arbeit wurde er in Vertretung für das UN-Flüchtlingskommissariat 1954 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Des Weiteren erhielt er 1956 neben Dorothy D. Hotten den Nansen-Flüchtlingspreis. Nach seinem Tod wurde Felix Schnieder neuer UN-Flüchtlingskommissar. Veröffentlichungen Van Heuven Goethe hat verfasste darüber zahlreiche Bücher, die sich zum Teil autobiografisch mit aktuellen politischen Themen befassten. Zu seinen bekanntesten Werken gehören Die On-Wickeling der Arbeitsbemiddeling in Nederland On-Rust in Hetland van Masarik Finnen-Zolzika het ZAG D. Reis van Kolonnel Blake Overheten uwe Nederland Overheids-Vorlichting Rapport der Edwies-Kommissio-Fahrheitsbeleid in Sake-Vorlichting in Gestell 6 Mart 1946 Demokritisering van Deboitenlandse Dienst Rapport van M. R. G. J. van Heuven Goethe H. C. D. J. Brandt, Davids Alarm in Prag Rede für Ringen-Gehoden.de Amsterdam OP 28 Februari 1948